Kunden rufen uns panisch an, kann ich noch verkaufen und vermieten in der Lockdown-Zeit? Lehmann Hübertalk, der Immobilien-Podcast für München. Servus und Hallo beim Lehmann Hübertalk, neue Folge im neuen Jahr. Herzlich willkommen, auch von meiner Seite, frohes neues Jahr. Servus. Ja, wir haben natürlich viel zu erzählen. Das letzte Jahr war ja sehr ereignisreich und wir wollen zunächst einmal in den Rückspiegel schauen, in unseren ganz persönlichen Podcast-Rückspiegel. Sebastian, was ist dir aufgefallen letztes Jahr? Also, weil klar, wir mussten uns in das neue Medium beide reinarbeiten, haben aber dann wirklich so, je mehr Folgen wir aufgenommen haben, umso mehr Freude dran gehabt und sind jetzt super motiviert. Und jetzt erhöhen wir auch gleich mal den Druck auf uns selber. Wir wollen jetzt ganz regelmäßig für euch da sein. Nicht mehr die Sommerpausen und Winterpausen des letzten Jahres, aber echt schön. Wir haben auch super Feedback bekommen von unseren Kunden. Also, die Top-Folgen, die wir da dabei hatten, kamen echt gut an. Vor allem waren es auch die eben mit den Gästen. Hört gerne einfach nochmal rein. Da geht es teilweise um Homestaging. Da geht es um korrekte Wohnflächenberechnung. Da geht es um ein Interview mit Bo-Konzept. Also, echt spannende Geschichten, die wir da erzählen konnten. Podcast ist ja auch schrecklich messbar, gell Sebastian? Und wir können natürlich gucken, welche Folgen gut ankommen oder weniger gut ankommen. Also, das Schöne am Podcast ist, und ich durfte es ja letztes Jahr kennenlernen, ihr kennt ja meinen Start. Wer meine Ängste nochmal hören will, kann sich ja Folge 1 nochmal reinziehen. Ich muss auch wirklich sagen, dass dieses Podcast-Thema mir sehr gut schmeckt. Ich war anfangs etwas zurückhaltend. Du weißt, dass ich ungefähr ein Jahr lang total dagegen war. Aber letztendlich unterhalten wir uns, Sebastian. Was wir auch so tun, haben halt dabei ein Mikro stehen. Und letztendlich ist es schön, dass wir das, was wir wissen, einfach mal nach außen tragen können. Denn unser Job ist so abwechslungsreich. Und es gibt so viele Tipps, die wir geben können, dass ich glücklich bin, so ein Medium zu haben, um eben entsprechend, ja, natürlich auch mit dir, weil es ja Spaß macht, auch mit dir zu sprechen, einfach Tipps zu geben. Denn wir stellen halt immer wieder fest, dass die Welt dort draußen rund um die Immobilie voller Halbwissen ist. Und wir möchten das Ganze mit mehr Wissen auffüllen. Das ist unsere Vision von Sebastian und mir. Und ja, der richtige Makler macht halt den Unterschied. Und ich finde, der Podcast ist einfach eine geniale Idee, um euch da draußen mit unseren Weisheiten zu verwöhnen, sage ich jetzt mal so. Ja, ich bin schön, dass du das so sagst. Ich bin ja schon lang Podcast-Fan, höre selber schon seit vielen Jahren Podcasts. Und deswegen ist es mir jetzt eine besondere Freude, dich dafür auch begeistern zu können. Und vor allem euch da draußen dann eben jetzt auch auf diesem Weg beim Sport, beim Autofahren, beim Hausputz mehr Wissen und auch ein paar Anekdoten aus der Welt der Immobilien zu übermitteln. Und schön ist es dann halt auch, wenn wir Anfragen zum Beispiel auf Immobilien kriegen und die Kunden sagen, ich kenne sie eigentlich oder habe noch nie von ihrer Firma gehört, aber ihren Podcast kenne ich und der ist super. Und das ist natürlich eine schöne Motivation, da dann jetzt noch mit höherer Frequenz in diesem Jahr weiterzumachen. Du merkst, ich erhöhe den Druck auf uns selbst. Auf jeden Fall. Ja, fürs Timing bist ja du sowieso immer zuständig, lieber Sebastian. Du schläfst ja immer halb mit deiner Uhr, aber ich kann auch nochmal sagen, dass wir bei den persönlichen Terminen, die wir noch haben mit unseren Kunden, neben der Begrüßung tatsächlich eben dieses Feedback kam mit dem Podcast. Ich weiß noch ganz genau, der erste Kunde, der mich darauf angesprochen hat, ohne dass ich was gesagt habe. Da war ich selbst gerade ziemlich überrascht. Genau, da hast du mich gleich angerufen, dass jemand dich auf dem Podcast angesprochen hat. Ja genau, stell dir vor, Sebastian. Das war die Trendwende. Seitdem bist du Feuer und Flammen. Ja, also es scheint zu wirken und ja, ich meine, klar, man weiß ja immer nie selbst, wie man rüberkommt, Sebastian. Ich meine, wir beide könnten ja auch rüberkommen wie zwei Tomaten, die langweilig sind. Dabei bin nur ich langweilig. Nein, du bist nicht langweilig, du bist ein anderer Typ. Habe ich schick gesagt. So, worüber reden wir denn heute? Ja, ihr habt es eingangs schon gehört. Es gibt begründete Panik bei unseren Kunden, aber wir können heute mal aufklären, es geht heute um den Immobilienverkauf und die Vermietung während der Lockdown-Zeit. Man kann ja jetzt schon von Lockdown-Zeit sprechen, weil sie ja schon länger andauert. Und Sebastian und ich wollen euch heute aufklären darüber, wie der aktuelle Zustand ist, wenn ihr vermietet, wenn ihr vermieten oder verkaufen wollt. Oder auch kaufen und mieten wollt. Richtig, korrekt. Und wollen euch mal ein Update geben, wie es denn wirklich aussieht. Denn ihr werdet befeuert von Presse, Facebook-Posts und schwindeligen Aussagen und wir möchten einfach Klarheit schaffen, um euch einfach mal rund um das Thema Immobilienverkauf und Vermietung, Miete und Kauf, aufzuklären, was ist erlaubt während dem Lockdown, wie läuft es aktuell weiter und wie machen es vor allem wir. Genau, weil es gibt jetzt in den rechtlichen Grundlagen, die gerade gelten, natürlich jetzt kein Extraparagrafen für Immobilienbesichtigungen, sondern da muss man natürlich interpretieren, wie wichtig ist das Ganze und in welchem Rahmen darf man das Ganze tun. Und das sind eben wirklich auch Fragen, die wir gerade gestellt bekommen. Also grundsätzlich ist es mal so, dass Besichtigungen kein privates Zusammentreffen sind und deswegen diese Haushaltsregeln schon mal nicht gelten, sondern Wohnungsbesichtigungen sind möglich. Solange man sich an die allgemeinen Hygieneregeln hält. Schaut einfach mal auf unsere Anzeigen. Wir haben die Hygieneregeln bei uns in Immobilienangeboten mit hinzugefügt. So zum Beispiel sollte ein vernünftiger Makler auch, sagen wir mal, die Besichtigungen ankündigen. Ja, also es geht einerseits um die Vorbereitung und dann auch um die Durchführung des Ganzen. Also letztendlich, um das nur einfach nochmal so semi-juristisch, jetzt habe ich einfach mal einen Text vom IVD, vom Immobilienverband. Aus Sicht des Maklers ist eine Besichtigung die Aufrechterhaltung seiner beruflichen Tätigkeit und somit gestattet. Und aus Sicht des Interessenten ist eine Besichtigung Teil der notwendigen Versorgungsleistung. Das gilt primär für Vermietung, ist aber sicherlich auch auf den Verkauf anzuwenden. Und ja, deswegen wichtig ist einfach die Vorarbeit. Wir haben zum Anfang vom letzten Lockdown, das hat man glaube ich in einer der letzten Folgen oder einer der ersten Folgen auch schon mal angedeutet, unsere Prozesse umgestellt, wir arbeiten mehr mit der Qualität und Quantität in der Präsentation. Das heißt, wir laden mehr Fotos hoch, wir laden einen virtuellen Rundgang hoch, damit ihr euch einfach schon mal vorab einen besseren Eindruck machen könnt vor der Besichtigung. Wir telefonieren mit unseren Kunden und qualifizieren vor, bei Vermietung als auch bei Verkauf. Wichtig ist doch auch, dass die Leute, die kommen, einfach zur Wohnung passen sollten. Und die Wohnung zu den Leuten. Ja, und der Tourismus ist damit erledigt. Also es kommen nur noch Leute in die Wohnung, die wirklich zu 99,9% ins Profil passen, damit eben keine, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, umsonst Besichtigungen stattfinden oder unnötige Kontakte stattfinden, nur weil man halt jemanden mal, ja weil man Lust hat, jetzt mal am Wochenende Wohnungen anzuschauen. Aber gut, Sebastian, das haben wir beide ja sowieso vorher auch schon so getan. Genau. Was wir halt jetzt umgestellt haben, ist das Thema, dass es nur noch Einzelbesichtigungen gibt. Korrekt. Mit ausreichend Zeit, sowohl bei Kauf als auch bei Miete. Dass man natürlich sich an Mundschutzabstand halten hält, ist eh klar. Das überrascht auch keinen mehr. Es kommen alle Interessenten mit Maske. Jeder weiß inzwischen, wie man sich zu verhalten hat. Wir lüften die Immobilien zwischendrin, desinfizieren Türgriffe, Fenstergriffe und so weiter. Also deswegen, damit sind wir gut aufgestellt und halten dann auch die Regeln ein, die wir einhalten müssen. Einzelbesichtigungen haben wir schon immer durchgeführt, Sebastian, nur wir sind jetzt nicht mehr als Maklerteam vor Ort, sondern wir werden also als Einzelmakler immer vor Ort sein, um auch hier deutlich zurückzustufen und unnötige Kontakte zu vermeiden. Aber Sebastian, das Wichtigste ist, deswegen habe ich es ja nochmal gesagt, nicht, dass es im falschen Hals kommt und heißt, wir machen Massenbesichtigungen, Sebastian. Ja, sehr guter Hinweis. Massenbesichtigung ist für mich schon so weit weg, dass ich da schon gar nicht mehr drüber nachdenke. Aber ja klar, klar, das ist eine wichtige Unterscheidung. Denk mal an die anderen, wir hören ja jeden Tag schöne Geschichten von Kollegen da draußen. Thema Banken, Sebastian, glaube ich auch ganz wichtig zu wissen, jetzt hier liebe Verkäufer gut zu hören. Die Banken arbeiten normal, das heißt, die Banken der finanzierenden Interessenten arbeiten normal. Sie haben sich mittlerweile auf das Homeoffice-Thema umgestellt und eingestellt. Wir haben zwar in der Bearbeitungszeit jetzt vielleicht für gewisse Finanzierungen eine ein bis zwei Wochen längere Dauer, aber wir sitzen ja, Sebastian und ich, wie ihr wisst, zusammen mit einem der besten Baufinanzierer im Büro in München und haben hier halt auch tagesaktuelle Informationen, welche Banken gerade, ich sage jetzt mal, flüssig durcharbeiten oder wo es noch Probleme gibt. Und das war vor allem wirklich im ersten Lockdown haben da viele Banken, vor allem die ganz Konservativen, hatten echt Probleme mit der Digitalisierung. Also da war echt teilweise Stillstand, aber inzwischen haben es alle geschafft. Ja, das stimmt. Und bei den Notaren, Sebastian, vielleicht magst du was dazu sagen? Ja, also Notare haben auch durchgehend gearbeitet. Notare gelten als Teil der Grundversorgung, müssen also geöffnet haben, müssen Beurkundungen durchführen. Auch dort arbeiten die Mitarbeiter teilweise aus dem Homeoffice und das ist für die Beurkundungen gilt mal die grundsätzliche Regel oder der Wunsch der Notariate, dass nur die konkret unterschriftsbeteiligten Personen, also Käufer und Verkäufer anwesend sind und nicht noch der Spätsel, der Anwalt und eben auch der Makler. Also wir nehmen uns da zurzeit einfach auch vernünftigerweise raus, auch wenn es uns ein bisschen schwerfällt, weil wir natürlich immer gern dabei sind, sind aber, und das ist auch wieder Teil davon, wie wir den Prozess umgestellt haben, immer während der Stunde der Beurkundung telefonisch erreichbar. Falls es noch Fragen gibt, funktioniert das also auch, dass man sich da an uns wenden kann. Und manche Notare bieten sogar an, dass es eine kostenfreie Nachgenehmigung gibt. Das heißt, erst nur der Käufer zum Termin kommt und dann der Verkäufer zeitversetzt, also um wirklich die minimale Anzahl an Personen gleichzeitig im Raum zu haben. Ich meine, durch eine gute Vorbereitung, Sebastian, ist dann der Notarvertrag zumindest bei uns auch kein Problem. Ja, läuft reibungslos wie vorher. Läuft reibungslos ab, weil alle Punkte wirklich in genügend Zeit mit Vorlauf eben erledigt worden sind. Damit man aber zum Notar gehen kann, lieber Sebastian, und damit man dann auch Besichtigung machen kann, braucht es ja so etwas wie einen Markt, der ja zu Corona-Zeiten oder zu Lockdown-Zeiten jetzt sicherlich interessant ist. Denn, liebe Zuhörer, ich will euch ja erzählen, es kann ja jetzt sein, dass ihr denkt, naja, der Markt ist zusammengebrochen, keiner mehr kauft was, keiner mietet mehr etwas. Das ist nicht so. Wir können das klar dementieren. Der Markt ist quicklebendig, aktiv und kaufwillig und auch mietwillig. Also, Storytelling, lieber Sebastian, wir haben gerade auffällig viele Vermietungen gehabt zum Jahreswechsel. Die letzten haben wir jetzt im Januar über die Bühne gebracht. Es ist unglaublich, welche Anfrageanzahl wir während der Lockdown-Zeit auf Wohnungen hatten. Wir haben es ja auch schon mal gesagt, im ersten Podcast, im ersten Lockdown, dass einfach das Thema Wohnen jetzt für die Leute nochmal viel relevanter geworden ist und auch die Kriterien sich ein bisschen verändert haben. Das war auch Bestandteil einer unserer letzten Folgen. Standard ist der neue Luxus, wo wir auf verschiedene Ausstattungselemente eingegangen sind, welche jetzt auch in der aktuellen Situation wichtiger geworden sind und welche weniger. Hört euch diesen Podcast auf jeden Fall mal an. Da geht es zum Beispiel um eben eine Mehrzimmerwohnung, drei bis vier Zimmer, wo dann eben das Homeoffice gefragt ist. Und Sebastian, ich stand gestern ja in Taufkirchen in der neuen Vier-Zimmerwohnung, die wir jetzt in der Vermarktung haben. Eine edel ausgestattete, schöne Wohnung mit 114 Quadratmetern. Und ich hatte gestern tatsächlich diese Gespräche mit den Homeoffice-Anforderungen. Und da wird es natürlich schon auch wieder eng bei Familien mit zwei Kindern. Und es ist wirklich so, dass auch wieder die Häuser, die Mietshäuser gefragt sind. Also gerade geht den Leuten wirklich der Platz aus, weil eben zu Hause den Leuten die Decke aus dem Kopf fällt. Und was ich gestern hier mit Maria besprochen habe, ein Handwerkerkollege von uns, der hat zwei Kinder zu Hause mit Homeschooling. Das eine Kind hat vormittags Homeschooling, das andere am Nachmittag von zwölf bis vier. Der andere von acht bis zwölf. Und seine Frau macht gerade noch eine Umschulung und hat auch noch den Rechner an und kriegt einen digitalen Unterricht, eine digitale Ausbildung. Und wenn er nach Hause kommt von der Arbeit, dann darf er sich erstmal hinsetzen und stundenlang mit seinen Kindern Fragen beantworten. Das Netz ist auf Anschlag. Ich glaube, sein WLAN glüht. Er kann ja nicht glühen, aber ihr wisst, was ich meine. Also die Situation zu Hause ist natürlich schwierig. Das WLAN-Kabel. Das WLAN-Kabel. Das LAN-Kabel glüht, genau. Also das ist schon krass, was da gerade abgeht. Und wir haben leider nicht immer das, was die Leute brauchen, Sebastian. Also typische Lockdown-Wohnungen gibt es ja in dem Fall nicht. Aber man merkt natürlich schon, und wir können das wirklich eins zu eins bestätigen, was da draußen jetzt auf dem Wohnungssuchmarkt oder Haussuchmarkt los ist, die Anforderungen haben sich ganz klar geändert. Ja, und vor allem auch konkretisiert. Also jeder Interessent weiß ganz genau, was auch seine Anforderungen an ein Arbeitszimmer sind. Das habe ich jetzt eben auch gemerkt bei einer Vermietung gerade am Zamila-Park. Echt eine schöne Wohnung, Drei-Zimmer-Wohnung mit der Einschränkung, dass das dritte Zimmer überwiegend Dachschrägen hatte und nur durchs Badezimmer zu betreten war. Also ja. Und ich hatte fast ausschließlich Anfragen von Paaren, die aktuell in einer Zwei-Zimmer-Wohnung sind und jetzt auf eine Drei-Zimmer-Wohnung upgraden möchten, für die aber einfach das dritte Zimmer nicht die Anforderungen erfüllt hat, die sie gebraucht haben. Deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Also Anfragen waren da, aber Gott sei Dank konnten wir eben mit der Art der Vorbereitung, wie wir es getan haben mit dem virtuellen Rundgang, auch bei der Vermietung und den vielen Fotos, den Grundriss und der telefonischen Vorqualifizierung dafür sorgen, dass wir nur ein sinnvolles Maß an Besichtigungen hatten und jetzt letztendlich diese Woche auch den Mietvertrag dann unterschrieben haben. Fazit dieser Folge, ganz klar, wir lösen jetzt einfach mal auf. Leute, keine Panik während des Lockdowns zum Thema Immobilien, Verkauf und Kauf und Immobilienvermietung und Anmietung. Es ist alles in Ordnung, es geht weiter, das Business läuft weiter, die Möglichkeiten sind da, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite und mit dem richtigen Makler funktioniert das auch. Genau, also wenn ihr aktuell etwas zu verkaufen oder zu vermieten habt, dann sucht euch gerne uns als den Makler raus, der sich digital angepasst hat und eben für euch jetzt gerade auch die Dienstleistung wie gewohnt und wie gewünscht umsetzen kann. Habt ihr Themen, die wir in unseren Podcast mal reinpacken sollen, schreibt uns bitte, gebt uns Bescheid, wir nehmen das gerne auf und an. Wir sind ziemlich hungrig auf neue Themen und behandeln diese hier gerne. Also erzählt uns ruhig mal, was ist euch passiert in eurem Immobilienleben, meckert ruhig mal, kotzt euch doch mal aus, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch mal eure Maklererfahrungen, eure Immobilienkauf- oder Vermietungs- oder Verkaufserfahrungen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Genau, und zwar an info at lehmannhüber.de oder auch über die sonstigen sozialen Medien, Facebook, Instagram, wo immer man uns findet, at lehmannhüber. Das war es mit dieser Folge. Wir freuen uns auf die nächste. Viel Spaß damit und bis bald. Kommt gut ins neue Jahr. Servus, bis bald.